So, meine Lieben, da sind wir wieder, kurz vor dieser Brücke oder was das auch sein soll. Und ich würde sagen, gehen wir mal drüber. Okay, passiert ist jetzt nichts, aber... Da geht es anscheinend weiter, wo das Licht ist. Aber ich schaue mich nochmal ganz genau um. Ob hier vielleicht doch noch was liegt. Man weiß ja nicht, vielleicht ist ja irgendwas Hilfreiches hier. Okay, ich glaube, wir gehen doch jetzt ein bisschen schneller weiter. Fuck! Aria, kommt doch her! Brandbombe! So eine richtige Feuerprobe hier, wa? Alter, komm schon! Medizin! Zwei Stück noch? Drei Stück! Alter! Heftige Lage, Kinder! Alter Schwede! Das war jetzt eine richtig brenzlige Situation. Puh! Und da habe ich bestimmt richtig viel Munition verballert. Naja, auf jeden Fall alles nochmal nachladen. Hey, wo kommst du jetzt her? Bleib liegen! Jump! Jump! Bleib einfach liegen, Bitch! Ey, 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 ey! Heftig, Alter! Wie viel die aussahen, ne? Man muss wirklich den Kopf reinschießen. Wir gehen jetzt weiter, Kinder. Nichts hält mich mehr hier. So, ich hoffe, das Tor geht schnell wieder hoch. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich hoffe, wir haben gerade nicht unser Geld verbraten bei den, ja, Rumgeballer. Alter, schnell rein hier. So, ich schau nochmal, haben wir unser Geld verbraten? Nö. Da? Auch nicht. Da? Ne, alles gut. Alles ist gut, Kinder. Boah, Alter, schon wieder kommt so ein Fisch. Ne, komm, ich hau ab. Oh, die sind immer noch im Kopf. Ich bin dicht hinter denen. Na, wir nehmen den oberen Weg, falls das geht. Ne, geht anscheinend nicht. Ein Speicherpunkt. Na, auf jeden Fall praktisch. So. So, guck. Alter, was war das? Was macht ihr mit uns? Ah, wir sind total gelähmt. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ja. Ah. Ah. Was sind denn die für... Schall ab? Alter, die sehen aus wie von Dead Space 1. Kennt ihr diese fliegenden Viecher, die die Menschen verwandelt haben? Naja, vielleicht kennt einer von euch die. So sehen die aus. Obwohl, die waren in Teil 1 auch schon vertreten. Guck mal. Das Viech hat 2, 4, 6, 8 Titten. Das zinsiere ich nicht. Alter, wir verprassen hier unnötig Munition. Ich sollte echt sparsamer sein. Naja, man kann sich aber nicht richtig an denen vorbeischleichen. Das haben wir schon mal gesehen. Kurz vor der Kirche. Alter, was haben die? Nice. Hauptsache, sie reißen die Haut vom Körper. Licht an, Licht aus. So, was haben wir hier in der Ecke? Also ich glaube, hier finden wir ganz sicher keine Akte oder sowas. Ja. Nicht an so einem Ort. Ich will dieses Riesenviech einfach nicht treffen, Mann. Wenn ich das schon höre. Aber wir schleichen jetzt einfach mal ein bisschen. Wir schauen mal, was da raus wird. Einfach im Schatten bleiben? Keine Ahnung, ob die im Dunkeln sehen können. Ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei, oder? Alter, das klappt. Ohne Scheiß, das klappt. Heftig, ey. Wie soll ich da dann? Alter, wie soll ich da vorbeikommen? Das schaffe ich nicht. Oder? Wir sollen da rein, richtig? Das sieht aus, als ob die Viecher die Menschenbumsen. Die toten Menschen. Ich gucke gerade, wo ich lang muss, aber ich... Ich sehe es einfach nicht. Vielleicht, wenn ich mich jetzt ganz vorsichtig hier... ...lang vorbeischleiche. Okay, schleichen hat nicht funktioniert. Steigen hat nicht funktioniert. Alter. Nee. Nee. Was erwarten die von einem hier? Hä? Nur noch einer? Das war's. Ich bin nicht geschafft. Ich muss hier weg. Es ist nur noch der eine. Es ist nur noch der eine. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo bist du? Da. Ich brauche Licht. Alter Schwede, wir haben es geschafft. Granaten sind nützlich, Kinder. Merkt euch das. In der Metro sind sie nützlich. Alter Falter. Und jetzt? Da. Ja, wir hätten die töten müssen. Es hätte es gar keinen anderen Weg gegeben. Was passiert jetzt? Jetzt sollte sich das Rad langsam anfangen zu drehen. Nein, 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 nein. Nicht, nicht noch mehr. Nicht noch mehr. Nein. Fuck. Ich hab genug von euch. Nein. Es reicht mir mit euch, ihr Kackviecher. Oh, komm her, du Bestie. Fuck, daneben. Nur noch zwei Schüsse. Fuck. Wir haben gar keine Schrumpenmunition mehr. Es kommt noch mehr. Oh, ernsthaft? Und weg. Weg. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Geh auf. Geh auf. Nein. Nein. Hau ab. Hau ab. Au. Au. Komm, wir sind Artyom. Wir können das, wir können das. Ah. Stimm. Verschwinde. Du auch. Hau ab. Jetzt. Jetzt sollte es fertig sein, oder? Ah. Komm schon. Komm schon. Wo muss ich rein? Was muss ich machen? Ah. Ich muss hier weg. Ah. Alter, Kinder. Das ist doch nicht deren Ernst. Ah. Wir haben es geschafft. Alter Schwede. Ich habe keine Munition mehr. So gut wie nichts mehr. Nur noch 31 Schuss für die. Und nur noch 41 für die. Kinder, wir sind im Arsch. Ganz ehrlich. Und dann kommt da noch so ein Riesenviech. Auf das ich überhaupt keinen Bock habe. Ja. Da bin ich echt gespannt. Warum geht es nicht weiter? Achso. Oh, Alter. Wie sind die anderen denn daran vorbeigekommen? So viel Munition war das jetzt auch nicht, was ich hier gerade bekommen habe. Aber besser als gar nichts war. Fuck. Oh, come on. Nein. 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 Komm schon. Nein. 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 Bitte. Guckt euch doch mal das Viech an, da. Wie sollen wir das denn schaffen ohne Munition? Einzelne Schüsse nur, Kinder. Einzel nur. Oh, 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 oh. Komm her, komm her. Komm, hau die Säule kaputt. Oder machst du sonst irgendwas kaputt? Ja, komm, hau die Säule kaputt. Nein. Aua. Komm, zäckle die einen alle. Nein, nein, nein. Huh. Na, du Kleiner. Oh, wir haben keinen Schuss mehr für die. Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass die Dinger einstürzen sollen. Alter. Guckt euch mal dieses Viech an. Kommt es jetzt? Oh, es kommt. Scheiße. Komm schon. Nur noch einer. Komm, Puttipu. Komm, Puttipu. Oh, komm. Kommt, der, kommt, der, kommt. Okay. Das hat anscheinend gar nichts gebracht. Wo ist er hin? Hä? Ist er geflüchtet? Warum? Alter, wir sind so gut wie kein Schuss mehr. Das können wir doch jetzt schon vergessen. Okay, Kinder, gehen wir einfach weiter. Nein! Oh, nee, 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 nee. Noch einer? Nee, nee. Nee, das mache ich nicht mit. Da, nee. Ja. Oh, fuck. Nee. Wo ist der Ausweg? Wo ist der Ausweg? Da lang. Irgendwie da lang. Komm raus hier. Ich will hier raus. Ich will... Das ist nicht deren Ernst. Ich habe so gut wie keinen Schuss mehr. Oh. Na gut, außer das. Ja, mach das doch alles kaputt. Das ist mir doch egal. Komm doch her. Warte. Der reißt hier alles. Irgendwie glaube ich, dass es hier nicht weiter geht. Oh, oh. Hi. Komm hierher. Komm. Putti, putti. Keine Ahnung, ob das was bringt, wenn er dagegen rennt. Er reißt alles hier weg, Kinder. Scheiße. Geh hier. Das Viech ist auf jeden Fall mächtig. Mann, das muss doch hier zusammenbrechen, wenn er hier so rumraged. Das kann er nicht angehen. Das sind doch alles tragende Balken, äh, Steine, äh, Säulen. Keine Ahnung. Komm her. Gott, was willst du mir sagen? Bönche. Was? Das wir werden Freunde. Anscheinend ja nicht. Zwei Schuss noch, Kinder. Oh. Ich wollte gerade sagen, die müssen sitzen, aber... Kann er Licht ab? Kannst du Licht ab? Magst du Licht? Oh, oh. Das bräuchte es nicht für Kinder. Da haben wir nur noch einen Schuss. Aua. Komm schon. Planten, planten, planten. Es ist zu spät in die Luft geflogen. Das Viech ist einfach zu schnell für uns. Komm her. Komm, mach das hier kaputt. Er geht jetzt jede Säule kaputt. Nein, das ist richtig. Es stürzt gleich alles in sich zusammen, oder? Komm her. Nur noch einer. Das muss richtig sein, Kinder. Aua. Ja, ach, auf einmal stirbt es. Ja, klar, doch. Dicke Mama. Ach, das ist dicke Mama? Jetzt. Was passiert? Fuck. Komm schon. Wir müssen raus. Ernsthaft? Wir müssen hier raus. Der einzige Weg ist da lang. Ich glaube, wir werden hier runtergespült. Wow. Wow. Alle Wege führen zu Oktyabrskaya. Der Schwarze ist dort. Anna ist jetzt auch dort. In den Händen meiner Feinde. In den Händen des Verräters. Lesnitzki. Also, Kinder. Ich glaube, das war für heute genug Aufregung. Alter Schwede. Ich würde mal sagen, dass ich euch noch einen schönen Tag wünsche. Und das war's für heute. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.